Was geht ab Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Video. Ich hoffe euch geht es gut, mir geht es nicht gut, ich bin krank, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Husten, deswegen es tut mir leid, wenn ich durch dieses Video eine Weile husten muss. Ich wollte trotzdem das Video aufnehmen, es wird ein Trackguide, Rundenguide mit Slowlab, also Trackwalk, Setup, Fastlab, also es wird aufgeteilt hier natürlich. Trackwalk, Hotlab, Setup, so wie immer, sind wir in Melbourne unterwegs. Deswegen wir springen direkt schon mal in die Slowlab rein, den Trackwalk. Für eine schnelle Runde in Melbourne müsst ihr erstmal hier das Auto so weit wie es geht, links positionieren, dann vierter Gang voll durchpushen, maximal den Track mitnehmen für gutes Momentum auf dieser langen Geraden, um euer Delta ein bisschen zu reduzieren. So jetzt in Kurve 1, wir schauen uns hier an, diesen Punkt hier, okay, dieses, wo vorne links mein Rad ist. Hier bremst ihr richtig hart, richtig hart in die Eisenstrecken, fünfter Gang runter, also kurz vor dem 50er Board, so circa 60 Meter, ran an den Curb, nicht berühren, das ist langsam und kann euch sogar spinnen, dann benutzt ihr am Exit so viel wie es geht von der Strecke. Also wirklich hier maximal rüber, also wenn ihr es wirklich perfektioniert habt, mit aufs Gas gehen, dann seid ihr ungefähr so. Eine Sache, die ich euch jetzt mal sagen will, weil man hier sieht, rechts, es gibt zwei weiße Linien in Melbourne. Das ist einmal die gelbe und einmal die weiße. Die weiße zählt nicht, die gelbe ist tatsächlich der Track Limit. Deswegen fragt man sich, hey, ich war doch gar nicht off-Track. Doch, wart ihr. In Melbourne, so geht es mir auch, ist man einfach off-Track. Deswegen hier vorsichtig sein, dann durchballern, den Exit Curb hier nicht mitnehmen, an dem hier, den hier wollt ihr nicht mitnehmen, hab ich zwar trotzdem leicht, also maximal touchieren, aber mehr nicht. Dann hier, dieses Blackboard, wo normalerweise die Flaggen und sowas auftauchen, mit Safety Car, gelbe Flagge, dies, das, hier über uns. Da hart anbremsen, also richtig in die Eisen steigen, dann Trailbraken bis zum Apex und da haltet ihr den vierten Gang bis hier und dann runter in den dritten, rotiert das Auto, nimmt schon wieder Gas mit und rotiert es auf den Gas rüber, in den vierten beim Blackboard theoretisch einlenken, dann hier rüber. Curb nicht mitnehmen könnt ihr, aber ich würde es nicht machen, das ist langsamer. Am Exit Curb müsst ihr maximal mitnehmen, hier müsst ihr aufpassen, wirklich, wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr wieder nicht früh genug auf dem Gas gewesen. Aber vorsichtig sein mit dem Off-Tracken, geht easy, dann ballern wir hier Vollgas durch natürlich, Curbs auch in und außen, versuchen zu vermeiden, brauchen wir nicht. Ende Sektor 1, angekommen. Jetzt geht es in die schnellste Sektion der Strecke, ein super kleiner Sektor, aber extrem, extrem wichtig. Und hier ist der Bremspunkt, circa 70% bremsen, 65% stark am Bremsen, also so circa, ja, mehr oder weniger, also bam, zu viel, also auf der eigentlichen Runde ist es einfacher. Bam, bam und ihr versucht, weil das so ein leichter Linkstrick ist, euer Auto auch links mitzunehmen und dann macht ihr hier gerade, bremst an, hier beim 50er, runter in den Sexten und geht nah an den Körb ran, ihr könnt sogar ein bisschen auf den Körb drauf, aber am besten ist es natürlich immer den Innenkörb vermeiden, aber so nah wie es geht ran, weil das ist auch so ein bisschen camber, das schluckt euch so hier rein, dann geht es wieder so rum, dann nehmt ihr maximal die Strecke mit, hier auch. Ähm, vorsichtig sein mit Off-Tracks, das kann einem schnell mal die Runde versauen, aber das kann einem auch sehr viel Zeit gewinnen. Dann bleiben wir hier schön innen, also maximal innenbleiben einfach, um Zeit zu verbessern, dann hier DHS auch, innenbleiben, 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 Ende Sektor 2. Jetzt sind wir hier wieder beim Blackboard angekommen, ist die erste Referenz, zweite Referenz ist hier, 50er, bisschen lüpfen, ich weiß gar nicht mehr, ob man bremsen, ich glaube nicht, runter in den siebten Gang, wenn ihr müsst, in den sechsten, falls die RPM zu wenig ist, aber normalerweise müsst ihr es nicht, am Körb vorbei, nicht mehr schneiden, in den neuen F1 Games ist es nicht mehr schneller. Dann hier soweit wie es geht, nach links positionieren, es geht wahrscheinlich nicht optimal, weil ihr viel Speed aus der ersten Kurve mitnehmt, dann könnt ihr hier, wenn ihr es packt, perfekt an der Kurve vorbei, wenn ihr aber nicht packt, das machen wir auch in unserer Hotlab, kattet ihr hier drüber, es ist aber nicht die schnellste Variante. Am schnellsten ist es echt, wenn ihr komplett den Körb vermeiden könnt und dann am Exit-Körb aufpassen, hier, wenn ihr euch raustragen lässt, das Auto ist sehr am, ihr seht ja, am Hüpfen, das ist nicht gut, da verliert ihr Zeit und vor allem kann es euch schön nach außen tragen, natürlich ist auch hier wieder Track-Limit, seht ihr auch jetzt, Achtung, jetzt zeige ich euch mal, wann Off-Track ist, oder ist es eigentlich die gelbe Linie? Okay, vielleicht da nicht mehr. Gut. Ähm, so. Jetzt hier, 50 Meter Bord, Fahrt anbremsen und versuchen, weil es hier auch so ein bisschen nach innen geht, dass ihr euer Auto erst von außen positioniert und dann hier so gerade anbremst, damit ihr gerade perfekt hier an die Grasnarbe rankommt, ohne aufs Gras zu kommen, sind wir jetzt sogar schon. Dann geht ihr runter in den dritten Gang, nah an den Apex, nicht über den Körb, auch nicht über den Sausage-Körb. Dritter Gang, wenn ihr müsst, auf den Apex-Körb, aber am besten ist auch wieder, wenn ihr den vermeidet und einfach auf die Straße kommt, dann sind wir hier im sechsten, für die Kurve ein bisschen lüpfen, dann wieder Vollgas, alles mit dem Apex-Körb vermeiden und hier jetzt beim 50er-Schilder ein bisschen vorher hart anbremsen, ist echt, meistens überschießt man die Kurve eher, machen wir auch in der Hotlab und dann runter in den dritten, nah an den Körb hier ran, rum, rotieren, Vollgas, 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 also so schnell wie es geht, Vollgas und damit habt ihr dann eine super, super Rundenzeit in Melbourne, auf dem Albert Circuit Park, wie auch immer der heißt, Albert Park Circuit und jetzt jumpen wir mal in die schnelle Runde rein und danach geht es dann auf das Setup. So, begeben wir uns auf die Hotlab, wir sind hier gerade schon auf einer, deswegen, ich mache ja nicht diese Technik, äh, diese Technik, die ich immer sage, mit viel Schwung holen, weil wir waren eben schon auf einer Hotlab, wenn ich eine Hotlab beginnen würde, würde ich es machen. Hier haben wir jetzt eine 307, jetzt fahren wir in die erste Kurve, wenn ich auch wieder links, der Tarmac, zack, da haben wir dann gebremst, da wo diese kleine Asphaltstelle war, wir benutzen maximal, ähm, den Run-Off-Curb, fünfter Gang im ersten, dann hier, runter beim Blackboard, dritter am Apex, rüber rotieren, am Blackboard wieder rüber, vierter Gang, ein bisschen mit dem Garspielen und maximal die Strecke mitnehmen, wir hätten sogar ein bisschen mehr pushen können, Körper vermeiden haben wir nicht gemacht, aber jetzt hier, wieder beim 50er, so circa, naja, wir haben sogar so 80, 90% gebremst und viel Schwung mitnehmen, ähm, wirklich, aber vorsichtig sein, ansonsten bekommt ihr da wahrscheinlich eine, ein Track Limit und dann ist eure Runde rum, jetzt bleibt ihr hier wieder eng und gleich gehen wir in den siebten Gang runter, beim 50er-Meterschild, das ist unsere Referenz und zack, bisschen bremsen sogar, dann rüber, das war aber nicht so gut, das bleiben wir hier eng und positionieren unser Auto wieder gerade, wie ich schon erwähnt habe, in der Slowlab, dritter Gang auch wieder am Apex, benutzen ein bisschen den Außenkörper, ist nicht zu schlimm, jetzt hier, sechster Gang und wir orientieren uns am 50er-Meterboard, müssen aber ein bisschen früher eigentlich bremsen oder schneller auf 100% kommen und rotieren das Auto rum, jetzt, so schnell wie es geht, Vollgas in der letzten Kurve und damit jetzt maximal Schwung zur Stadtzielgerade über die Linie und es ist eine 2-2-1, Weltrekord Punkt 8, also es tut mir leid, ich habe nicht so viel Zeit gehabt, damit muss es jetzt reichen, so, jetzt sind wir hier im Setup-Bereich, Aerobalance ist das erste, 37,29, eine Achterbalance, Achterunterschied zwischen Front und Heck, ist recht aggressiv für die Strecke, man kann auch ein bisschen aggressiver gehen, wahrscheinlich auf 10 oder sogar höher, wenn man das Setup umbaut, aber für dieses Setup würde ich sagen, wer sich wagt, noch ein bisschen höher, natürlich, wer mehr fahren kann, mehr Top-Speed, super, aber für ein konstantes Feeling ist es eigentlich ganz gut und ich will die Setups auch so gestalten, dass davon E-Sports Leute was haben, die eher League-Racing betreiben oder auch Leute, die einfach Karriere fahren wollen oder zum Spaß und einfach ein besseres Feeling haben wollen vom Auto, Okay, also 37,29, dann sind wir bei der Transmission, 50 hatte ich auf der kompletten Runde, wenn ihr aus den Traktionszonen sowie Kurve 3 gerne 555 benutzen wollt, könnt ihr gerne natürlich was stellen, mit gar keinem Problem, das ist euch überlassen, aber es ist eine sehr, 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 sehr schnelle Strecke, wo viel Abtrieb erzeugt wird von diesen Autos, deswegen ist es nicht zwingend nötig, ihr werdet nicht viel Wheelspin haben, deswegen 50 ist eigentlich gut, um das Auto zu rotieren, aber macht, wie es euch am besten passt, okay, Differenzial, 51, wenn es euch zu loose ist, also wenn ihr das Heck zu schnell verliert beim Bremsen auf 52 hoch oder Break Bias verstellt, oder was ihr auch machen könnt, ist den Flügel verstellen hier, höher, dann ist es stabiler, müsst ihr das auch nicht berühren, und noch was ganz kurz zum Flügel, für die Leute, die es ein bisschen zu instabil finden, geht mal auf 32 hoch oder auf 31, ihr müsst da ein bisschen rumspielen, ich kann nicht 100% für euch das perfekte Setup erstellen, ohne dass ich mit euch mal ein Coaching hatte oder so, ja, deswegen ist es ein bisschen schwer, aber ja, wenn es euch zu wenig rotiert, 50 oder eben größer Balance, es hilft immer beim Rotieren, okay, also alles mehr oder weniger vernetzt miteinander, Suspension Geometry, Überraschung, rechts, rechts, links, links, dann Suspension haben wir vorne, 39, dann haben wir 8 auf der Hinterachse, 3 auf der vorderen Roper, 1 auf der hinteren, 33 Front, Right Tide und hinten 38, das könnt ihr natürlich auch alles anpassen, man kann theoretisch 41 fahren, aber dadurch werden die Curbs ein bisschen, gerade in der Highspeed-Schikane, finde ich, sehr, sehr bouncy, sind sie eh schon, aber dadurch wird es noch schlimmer, also ihr könnt sogar runtergehen, aber dann untersteuert es wieder mehr, wenn ihr runtergeht, dann könnt ihr theoretisch auch mit der Front, und wieder höher gehen, weil ansonsten irgendwann setzt der Unterboden auf und dann erzeugt sich nicht mehr so viel Downforce, es ist wirklich schwierig, die Balance zu finden, deswegen haben wir hier 39, hinten, dasselbe Spielchen, geht ihr höher, könnt ihr auch hier das machen, geht ihr niedriger, müsst ihr das machen, es ist einfach über so ein Rumspielen und ein Feintunen, was euch besser passt für den Fast Team, Anti-Rober kann man natürlich auch umstellen, mehr Front, mehr Untersteuern, weniger, mehr Übersteuern, maximal Übersteuern theoretisch, aber wir halten es einfach mal so, wie es ist, können wir mal ausprobieren, bisschen Feintunen könnt ihr natürlich auch und auch versuchen, dass ihr die Setups vielleicht mal versteht, einfach was umändern und gucken, ah okay, jetzt verhält es sich so, das ist eigentlich immer ganz gut, aber wenn man es selbst noch mal eine Ahnung bekommt, beim Bremsdruck 100, wie immer, oh man Gott ey, tut mir echt leid, Brake-Bias haben wir 55, das stelle ich eigentlich nicht, 54 maximal in manchen High-Speed-Sektionen, und bei dem Reifen-Pressure haben wir 22,5 auf dem Vorderreifen und hinten 22, also eigentlich war da auch der Hotnet so, aber ich finde das hier theoretisch besser und ihr könnt sogar wahrscheinlich Minimum fahren, aber so ist gut, und so ist gut, deswegen versucht es mal aus, wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben, abonnieren, Glockern, wenn ihr neu seid, kommentieren, wie sehr euch verbessert hat und ob ihr mehr davon sehen wollt und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf Instagram ein Follow dalassen könntet, das würde mir sehr, sehr aushelpen, deswegen, ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Rennwochenende und wir sehen uns im nächsten Video, haut da rein, euer Marcel, Peace.